Kate Hall verrät dir ihre Fitness-Secrets für einen schlanken Körper. Body Shaping – die effizienteste Kombination aus Pilates, Yoga und High-Intensity-Intervall-Training. Forme deinen Körper. Nimm dir Zeit zum Entspannen und gelange zu mehr Energie. Stärke Körper und Seele Mit intensiven, abwechslungsreichen Übungen Die effektivsten Übungen für Pilates, Yoga und Fettverbrennung Für jeden Trainingstyp, für jede Situation Das optimale Trainingsprogramm, um Körper und Seele zu stärken Um-Media-Problem-Problemativen, um kannst du auf dio-Media-Problemativen, vielleicht auch wird es ein bisschen weiterer. Untertitelung des ZDF, 2020